Wir wollen das Ewigreich vergessen, ein für alle Mal. Mein Hirn war wie benebelt in den letzten Jahren. Alles, was ich wollte, war dir ein guter Vater zu sein. Dalton. Mom. René. Konnte dir keiner helfen? Ich hab einfach nur da durchkommen wollen. Fahr du doch, Dalton, ins College. Nur ne Idee, das bringt euch vielleicht wieder ein bisschen zusammen. Zeichnen Sie ein Erlebnis, das sie geprägt hat. Mit zehn Jahren. Fiel ich ins Koma. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Versinken Sie in Ihren Erinnerungen. Und dann sehen wir, was sie ans Licht bringen. Ich sehe lauter verrücktes Zeug. Ich glaube, die Zeichnungen haben was mit meiner Vergangenheit zu tun. Es gibt so viel, dass du nicht weißt. Und ich hatte Angst, dir die Wahrheit zu sagen. In unserer Familie gibt es Geheimnisse. Wir haben sie immer verdrängt. Ich spüre, dass uns etwas verfolgt. Das klärt man nur auf eine Art. Hilf mir. Wenn ihr die Toten aufweckt, denkt dran. Je weiter ihr vordringt, umso gefährlicher wird eure Reise. 預une. Das klappt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020